Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 9. September. Künstlerin Rebecca Horn mit 80 Jahren in Bad König gestorben und immer mehr Menschen im Landkreis Darmstadt-Dieburg leiden unter Lärm. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Rebecca Horn, eine der wichtigsten Künstlerinnen der Gegenwart, ist tot. Sie starb am Freitagabend im südhessischen Bad König im Alter von 80 Jahren, wie Peter Raue Vorsitzender der von Horn gegründeten Moon Tower Foundation der deutschen Presseagentur mitteilte. Zuerst berichtete das Kunstmagazin Monopol. Horn, mit den höchsten Preisen geehrt, schuf ein facettenreiches und vielschichtiges Werk. Es umfasst sowohl Skulpturen, Installationen und Performances, als auch literarische Texte, Drehbücher und die Regie von Filmen und Opern. Berühmt wurde die gebürtige Hessin mit ihren magischen Kunstmaschinen, bei denen sie Objekte wie Koffer, Geigen oder Röhren in geheimnisvolle Bewegung versetzte. Zu den bekanntesten Arbeiten gehört der Schildkröten-Seufzerbaum, aus dessen Schaltrichtern klagende Töne in vielen Sprachen dringen. Die Suche nach einem Nachfolger des zurückgetretenen Trainers Thorsten Lieberknecht beim SV Darmstadt 98 ist beendet. Der Fußball-Zweitligist einigte sich nur knapp eine Woche später mit Florian Kohfeldt auf eine Zusammenarbeit. Wie der Verein mitteilte, soll Kohfeldt bereits am Montag vorgestellt werden und am Nachmittag die erste Trainingseinheit leiten. Als Co-Trainer bringt der 41-jährige Martin Heck mit ans Böllenfalltor. Darmstadt sei ein professioneller und gut geführter Verein, der in den vergangenen Jahren sportlich sehr gute Ergebnisse erzielt habe, sagte Kohfeldt. Überzeugt haben dürfte den früheren Bundesliga-Trainer von Bremen und Wolfsburg, aber vor allem auch die enge Verbindung und gegenseitige Unterstützung innerhalb des Traditionsvereins. Ihm habe besonders imponiert, wie Fans und Verantwortliche auch in herausfordernden Momenten wie etwa in der zurückliegenden Saison zusammengehalten haben, sagte Kohfeldt. Zuletzt war Kohfeldt beim belgischen Erstligisten KHS Eupen tätig, wo er im März zurückgetreten war. Etwa 450.000 Menschen in den Landkreisen des Regierungspräsidiums Darmstadt sind so stark von Straßenlärm betroffen, dass er zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Das betrifft auch Städte und Gemeinden in Darmstadt-Dieburg, wie der aktuelle Entwurf des Lärmaktionsplans zeigt. Die Stadt Weiterstadt ist am meisten von Straßenverkehrslärm geplagt. Mehr als 3000 Weiterstädter sind demnach einem Lärmpegel von mehr als 55 Dezibel ausgesetzt. Der Wert ist ein Durchschnitt über den gesamten Tag gerechnet. Bis auf Otzberg, Fischbachtal, Messel, Modautal und Schafheim wird in allen Städten und Gemeinden in Darmstadt-Dieburg ein Pegel von 55 Dezibel und mehr erreicht. Vor allem in Pfungstadt, Griesheim, Weiterstadt und auch Alsbach-Hähnlein liegt es an den nahegelegenen Autobahnen, Bahnstrecken und Bundesstraßen. Der Entwurf des Lärmaktionsplans zeigt, dass sich die meisten Menschen als Gegenmaßnahme Tempo 30 wünschen. Geschwindigkeitsüberwachungen, Lärmschutzwände, Ortsumgehungen, Durchfahrtsverbote für Lastwagen und lärmschluckender Straßenbelag werden als weitere Maßnahmen genannt. Autodiebe und viele Autofahrer haben eines gemeinsam. Sie mögen keine Elektroautos. Während Langfingern damit die Flucht zu unsicher ist, liegt das schwindende Interesse der Verbraucher an Batterieautos, Studien zufolge eher an den hohen Preisen. Was Autoprofessor Ferdinand Dudenhöfer unterstreicht, bis Ende 2023 hätten fehlende Ladesäulen die Käufer keineswegs davon abgehalten, E-Autos zu kaufen. Dann kam das Ende der staatlichen Förderung und der Nachfrageeinbruch. Im ersten Halbjahr 2024 haben Privatkunden nach einer Umfrage des Zentralverbandes Deutsches Kfzgewerbe bei Autohäusern 47 Prozent weniger E-Autos bestellt. Dabei müssten vor dem Hintergrund anstehender CO2-Strafzahlungen an die EU wegen verschärfter Abgasregeln 2025 deutlich mehr E-Autos auf die Straße kommen. Eigentlich sollte ein E-Mobil Kostenvorteile von einem Drittel haben. Aber wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, liegt man schnell im fünfstelligen Bereich. Auch durch andere Fahrzeugkonstruktionen, etwa einem komplett aus Aluguss gefertigten Hinterwagen. Dann heißt es oft wirtschaftlicher Totalschaden. Wohnen müssen alle Menschen. Der Wohnraum ist vor allem in den Ballungsgebieten jetzt schon knapp. Im Land wird aber immer weniger gebaut. Die Bauwirtschaft hat Vorschläge an die Landesregierung, wie der Sinkflug der Baukonjunktur gestoppt werden könnte. Die Ideen der Praktiker aus der Branche? Die Landesregierung solle sich im Bundesrat stärker für die Einführung des sogenannten Gebäudetyps E positionieren. Durch geringere Standards, ohne Abbau von sicherheitsrelevanten Regelungen, könnte schneller und kostengünstiger gebaut werden. Andreas Ostermann, Vorsitzender des BDB-Bund Deutscher Baumeisterarchitekten und Ingenieure Hessen-Frankfurt, kritisiert, dass Hessen mit über 580 Seiten die umfangreichste Verwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen in der Republik hat. Insbesondere die 14 hessischen Anhänge blähten das Regelwerk unnötig auf. Hier könnte deutlich entschlackt werden. Am Samstag kam es zu einer spektakulären IT-Störung bei der Deutschen Bahn, die den Zugverkehr in großen Teilen Deutschlands für mehrere Stunden lahmlegte. Die Bahn meldete in ihrer App eine massive Beeinträchtigung, die zu bundesweiten Zugausfällen führte. Betroffen waren sowohl der Fern- als auch der Nahverkehr, was unter anderem im Rhein-Main-Gebiet zu einem S-Bahn-Chaos führte. Buslinien waren überlastet, da viele Fahrgäste auf diese ausweichen mussten. In Mainz, Wiesbaden, Darmstadt und Wetzlar warteten zahlreiche Reisende auf eine Weiterfahrt. Gegen 16 Uhr konnte die Störung behoben werden und der Zugverkehr wurde langsam wieder aufgenommen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de. ivos-Europa www.mwn- Wash.com